einatmen ausatmen der urwald erwacht das faultier hängt an einem ast und döst vor sich hin es kommt beinahe nie herunter mit einer geschwindigkeit von einem meter pro stunde ist langsamer als eine schnecke das faultier hängt und hängt und sogar wenn es tot ist hängt es noch an seinem ast